So, verbindlichste Entschuldigung. Oh, fängt ja gut an. Verbindlichste Entschuldigung, wenigstens kurz mit der Berechnung. Da ist gerade aufgrund des Hängers, den ihr vielleicht gar nicht gesehen habt, die Aufnahme abgebrochen. Und dementsprechend... Ja, ist ja gut. Nein, das gibt's ja nicht. Da ist gerade die Aufnahme abgebrochen. Und dementsprechend wird eine neue Sprachaufnahme gestaltet. Jetzt gerade eben. Wir haben ein paar Fotos gemacht. Äh, die... Davon war eine sehr schön angeblich. Glatz, halt die, Mann! Halt die Backen da hinten! Ist nur Ruhe. So. Aber... Die Kamera wollte ich abschießen. Das hat eben ganz dummer funktioniert, wie man schon sieht. Ach, der hört jetzt noch weg. Okay. Die Kamera ist noch da oben gekriegt. Den hier durchsuchen. Und ich hoffe, wir haben jetzt genügend, äh, vorpersönlich gemacht. Ich habe eben die ganze Zeit aus, was ich auf Kamera gekriegt habe. Ich habe eben die ganze Zeit aus, was ich auf Kamera gekriegt habe. Ich werde das wohl jetzt... Ich werde das wohl jetzt mal rein. Ja. Man da ist schon. Achso, okay. Dann können wir jetzt Filme aus der Kamera sehen, wo wir die Kamera jetzt haben. Koffer... Koffer... Ach, tut da einfach so eine bestimmte Kugel im Koffer rein. Ist auch schön. Ja. Aber das ist... Und so nicht der Weg, der heute da führt. Ja, das ist unkünftig. Das gefällt mir nicht. Soll ich die Aufnahme von lebenden Splicer mal herzugeben? Wollen wir einsperren? Steht denn da allein? So. Ist das alles gut? Nimm mich! Nimm mich! Ich bin auf! Äh, oh nein! Spicey Scrooge! Ah ja, wir kriegen einen Röntgenblick mit! Ist ja toll! Äh, tue ich mal hier ein! Ah, eh! Oh nein! So langsam ist er mal her! War allende mit Spaß für die Hörer! Wenn ihr euch einfach den Weg wieder zurückgehen könnt, dann wäre das wieder einfach gewesen! Sorry, Ben! Diese sind nicht genau blutthirstige Desperados, die wir reden haben! Der Rapschus ist voll von Pohrits, Artisern und Tennis-Playern, nicht von Gorillern. Aber dieser Lieder, dieser... Fonte! Er scheint seinen Weg um den Griff zu wissen. Er bleibt seinen Nacken clean, aber nicht so clean. Die richtigen Leute wissen nicht, dass er nicht versucht wird. Dichter Künstler und Tennis-Schmierer, das ist eine ganz tolle Mobilisation! Dichter Künstler und Tennis-Schmierer, der sich da... ... zusammenreimt. Ein paar... Braucher-Rusten, kann ich selber... ... ganz schlimm! Hör! 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 Alter, leck mich doch am Sack! Das ist hier, wo weh! wo ist denn hier? Ach, drei Spider-Splicers die die an der Decke rumkrabbeln zwei haben wir schon wo ist denn die kleine Kamera hier? da hinten so, ich baller die alle ab, das ist mir zu da drüben wir da eine Tür die wir wahrscheinlich öffnen können ich hoffe wir kriegen mal die Gelegenheit die Granaten nochmal auszuprobieren, werden wir bestimmt irgendwann aber im Urteil ist es mir noch zu gut da bin ich wirklich ein paar Däschchen ich dachte gerade an der Kabel etwas am Knie lang ist aber es war wohl nur das Kabel da kommen wir da sind ja hier rein ich glaube trotzdem gut ist es die andere Frage ich beobachte mich mal mit der Kamera ich bin offenbar auf jeden Fall in Lietz äh, ich verpratschen einen Spider-Splicer zu finden da gibt es aber offenbar überhaupt nichts außer dem Dunwand Rapture verändert sich Rapture's changing Ryan can't see the walls forward this Fontaine fella he's a crook and a proper tea leaf but he's got the atom and that makes him the governor sinking the profits back into bigger and better plasmids building them Fontaine poorhouses Fontaine recruiting mit mit line könnte das sein dass irgendwo so eine art ähm Inflation an was bieten sozusagen gestanden ist eine Inflation im Atom damit halt reagent dass hier einfach alle irgendwann zu perfekt waren Das war nicht so, was ich mir gedacht habe. Die Frau von der Frau von der Toil-Huyden in dieser schuldigen Submarine macht mich Blut zu schreien. Hilf mir, sie zu Sicherheit und ich werde in deiner Mietung für Leben sein. Das ist sehr schön, Vigil. Das ist jetzt Rutz im Gierde, wo wir... War das ein Spider? Nee. Alter, leg mich am Arsch. Da drücke ich extra Haufe 4. Da drücke ich extra Haufe 4 für die Schrot. Da reagiert er nicht so drauf. Der Mädels nicht da rein. Viel Spaß. 111 Dollar. Prost. Der Smogler ist der Freund von der Karasite. Es ist deine Aufgabe, den Smogler zu retten. Fonteid, Smogler. Ja. Ja. Sie sind in der Nähe. Und sie haben keine Fragen. Sie sind alle verrückt von Fonteid. Sie sind mir ein bisschen von den Deutschen. Sie sind so effizient. Sie sind in der Nähe. Sie sind in der Nähe. Sie sind in der Nähe. Da waren wir doch. Da waren wir doch immer schon. Ich glaube jetzt noch ein so ein Scheiß bei der Sprecherbeute. Ja, ein so ein Scheiß bei der Sprecherbeute. Arschkrampe. Wo er jetzt kloppt. Ah ja. Dann packen wir hier mal mal durch. Oh. Der ist aber schön gefeilt. Jetzt hab ich bestimmt schon 10 Fokus gemacht. Wenn ich 15. No, du Mann. Wieder überstanden. Wie besacht du das? Ja. 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 Fl file. Ne das ist ein Nito. Ja. quiltiert. Los! Verricke! So. Die machen die Verlaut noch immer drauf, lieber bevor sie sterben. Wo wollen wir gar nicht? Was mir gerade einfällt, das war... Ach, jetzt mal rausgekommen. Ach ja. Hm. Ach, eh, ist doch schön. Na? Blutsterben auch um, oder was? 1, 2, 3, 4. 32, 3 Hünftel. Vielleicht muss man ja... Äh... Muss man eben was erledigen, ja? Ich sitze ja aufm Kro, ist ja furchtbar. Muss man eben hier an... So. Muss ich auch, übrigens. Dafür, dass du mich drauf aufmerksam machst, musst du mal eben was holen. Das kann man hier aufstehen. Sehr appetitlich ist es hier zwar nicht über Toilette, aber... Schön Hände waschen. Gut, dann passt das auch immer besser aus. Aber... Ich musste halt mal eben was holen. So, wo ist jetzt der verfickte Spider-Sprice? So, wo ist jetzt der verfickte Spider-Sprice? Wo ist er denn? Das ist eine Modulite jetzt. So. Mit der Tür wurde er rein. Und um safe zu becken, okay. Wo ist er denn? Der schaut doch immer hinter der Tür. Wir suchen und hätten wir erst mal hier. Wo lief? Gut. Schaut hin. Mähnen. Safing. Sieht ein bisschen schwieriger aus. So, dann esse ich in der Zwischenzeit mal Lumenblumen aneinander. Schrei für euch. Oh. 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 Ach, ey. Nein. Ja, da krieg ich Krebs bei. Da krieg ich Krebs bei. Ja, ich weiß ja das. Mist. Mist. Jetzt muss ich das sehen, oder was? Jetzt machen wir die Reguladen an. O-Oh. Du Kannst du die, also was man niederleidt haben. Ja, wir werden hier ge村 은- waeree gesperrt. Mist. Alter, willst du mich weibeln? Bäh. Mal mit. Den suche ich jetzt nicht. Das ist ein Lied rum. Aber coole Burschen. Bäh. 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 Was ist das? Ziele abgeschlossen, oder ähnlich. Mach ich gerne, mach ich gerne. Und ich denke, das war jetzt wieder für heute. Jetzt ist es nachbetracht. Und wir sind da, glaub ich, ein paar Stücke weiter gekommen, nicht wahr? Also, Schluss für diese Sitzung.